ich muss jetzt bandagieren und eventuell brauche ich gleich ein blood pack was liegt hier noch ein tschechischer backpack? man kann ja wieder nicht zu zweit ne das war glaube ich ein alice pack nochmal m19 mag ich brauche auf jeden fall ein blood pack man ja ich gebe dir eins ich bräuchte langsam also ich habe die hälfte noch vom blut ja ich auch unter die hälfte fast soll ich dir auch eins geben ja mach mal dann müssen wir halt gleich ein krankenhaus finden das war mal wieder krass ne voll unnötig auch wie ist das überhaupt passiert warum sind die ganzen zombies hier reingekommen überhaupt weiß ich nicht warum die bei dir reingekommen sind ich habe einen angelockt aber ich bin von dem haus weg ich war gar nicht bei dem haus ich war irgendwo am arsch der welt und dann hast du einfach mal geschrieben dass du hier bei dir sitzt hast du ein fernglas? ja hier liegt eins rum ja ich habe es gesehen hier liegt noch ein plan ich dachte das wäre ein g17 magazin so ne makarov alice pack aber ich kann das alice pack nicht öffnen war schön entweder weil du zu nah bist auch nie makarov aus dmr so lee enfield hier ist ein makarov hier ist ein makarov ja ich weiß ich tue jetzt meine g17 in den rucksack das war ja schon du brauchst ja g17 munition das liegt hier zweimal essen davon esse ich jetzt eins und nehmen wir jetzt hier die makarov wir haben hier übrigens besucht vor der kirche ne ich weiß dann habe ich jetzt wenigstens drei makarov magazine besser als nix wenn wir g17 magazin finden dann nehme ich halt wieder die aber ich habe sogar vier makarov magazine nice da liegt auch noch eins liegen sogar noch zwei makarov magazine ich kann richtig hart rumballern jetzt ich habe sechs makarov magazine also ja dann baller mal hier guck mal hier die sind alle hinter diesem sandsack hier selbst der dr ivan ivan kommt jetzt hier rein ne der packt sich auch da fest geil jetzt nehme ich bloß mal ein g36 dann geht der im headshot weiter musste mehrere headshots geben einen erreicht da nicht tschüss tschüss das waren jetzt 10 headshots tschüss 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 Das kann doch nicht sein, dann fällt der ernst rein, wieviel hält der aus? Jaja. Haha. Warte, schießt er mit der DMR drauf. Ok, ich hab nur noch zwei Magazine, A5 Schuss oder so. Scheiße. Pass. Gleich haben wir unsere ganze Munition verbraten, Alter. Alter, was geht denn da ab, Mann? Das kann doch nicht sein, Alter. Ja, endlich. Ja, meine Fresse, Alter. Was ist die anderen Zombies, die da noch rumlaufen sind? Ja. Oh, voll. Ja, ne. Ja. 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 noch mehr als das ganze dorf wieder tot da sind halt noch hopper hinter ich versuche die meule hier da kommen noch zehn weiter zwölf wenn man raus wenn er einfach mal raus hier sind noch vor die zelte alter neben der kirche wenn man raus ich versuche mal raus da genau genau so genau so peter alles aber die sind alle hinter die her alle einfach alle genau für einen kreis damit als ob der jetzt schon verschwunden ist man als da willst du mich jetzt verarschen du scheiß spielmann hey philip der dr ivan ist einfach verschwunden wir haben so viel munition für den geopfert ich habe ein ganzes magazin vom g36 her geschossen habe noch einen schuss für die m19 wasser restart button in bandagen vier stück soll ich ja welche mitnehmen nö ich hab genug danke hallo wie heißt der maßlin was muslimi papa ja ich glaube ich habe mich gerade selbst in die falle gelockt nein wo bist du denn auf so einem grundstück aber hier können die nur langsam gehen ah ne von wegen die können hier nur langsam gehen ich muss hier irgendwie ok ich habe es geschafft wir sind wieder draußen was machen wir treffen uns am industrial ich kann gerade nicht auf meine map gucken komm mal wieder zur kirche da wo du eben losgelaufen bist da bin ich vielleicht da und ab dann folgst du mir einfach ja ich bin da lauf los steh auf ja ich warte mal bis du bei mir bist ja guck mal nach hinten alter ist auch ein ivan da kommt direkt nach uns zu da ist ein motorrad aber scheiße wir können uns nicht abchecken da hinten ist ein auto alter es hat vier räder aber ich glaube das ist eins was man nicht fahren kann ne kann man nicht fahren du hast mit dem das motorrad hast du das abgecheckt ne war zu risky aber das auto checkste ab oder was das auto stand halt in deinem zaun wo bist du überhaupt hin ich bin weiter gerade aus die straßen entmann in den wald rein? ne ne ich habe mir einen spawnpunkt gesetzt einfach auf die straßen entmann ja gut ich sehe dich da stehst du und jetzt gehen wir hier links durch die tannen ich habe nämlich noch einen am arsch ja nichts ich habe einen abgehängt der ist hier noch weiter da hinten durch die tannen ok hat sich aufgehangen das ist ja läuft man vom wegen scheiße dann müssen wir hier in so ein gebäude rein um den abzuhängen nice boah natürlich was geht denn jetzt um diese scheiße Werbung ich gehe hier rechts in diese gemauerten gebäude rein ich bin hinter dir leere dosen hier liegt schon mal ein motor engine parts hier ist reinforcing material sollen wir aber wir haben keine lass uns mal so lange mit dem reparieren warten bis wir nicht eine jerrycan haben ansonsten macht das alles keinen sinn hier liegt ein Reifen ja den nehme ich mit hast du noch Platz ja cool sind doch drei Plätze ne ich glaube schon ne ja anscheinend nicht warte ne wieder drei oder vier Plätze laber laber was? nein 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 oh da hinten ist ein Dr. Ivan gespawnt bei der ersten Lagerhalle und ich habe ne jerrycan gefunden ja ja man vielleicht bringen wir den Lastwagen da hinten zum laufen ja also das Carwheel nimmt doch tatsächlich sechs Plätze ein oder so guck mal da hinten aber war ja so ein Schweine-Transporter ja deswegen ich guck jetzt gerade ob ich hier check mal ab wie viele Räder der hat warte ich muss dann grad die jerrycan auch nehmen damit die gleich nicht wieder weg ist hast du alle Lagerhallen schon abgecheckt? ne ne ich bin der zweiten gerade mal und da war schon die jerrycan drin so jerrycan hab ich ich lauf jetzt mal hinter die Lagerhallen guck mal wie das mit dem Laster abgeht warte ich bin schon da der hat sogar vorne so'n nice ja wenn wir Glück haben ist ja irgendwo ne Tankstellen in der Nähe wir empfehlen alle Reifen ne das lohnt sich nicht kann sein wir finden sich hier jerrycan hab ich ja jetzt das hat er was was ich für ne Überlegung habe ich hab jetzt ne volle jerrycan ne dass wir zu dem Little Bird gehen auf der Karte gucken wo die nächste oh der Dr. Iwan hat uns gesehen schnell weg wir gucken wo der nächste wo die nächste Tankstelle ist und fliegen wir dahin und äh hier sind auf jeden Fall schon mal Glasscheiben ich dropp jetzt mal das Carwheel und nehm die mal mit oder? ja ist so für den Little Bird boah das wär echt mal ne das wär meine Idee halt weißt du zur nächsten Tankstelle mit dem einen der einen jerrycan die nehmen auch nur zwei Plätze weg ja halt auf den scheißen wir jetzt und dann ähm boah hier liegt noch vor der noch ein Reifen was liegt hier hinten? einen Engine Pass oder was? ja? Engine Pass ja die nehmen hast du noch Platz oder soll ich die nehmen? ja weiß ich nicht an dem wieviel die nehmen ich hab nämlich kaum Platz mehr vielleicht kann noch achso da steht nicht dass die wer anders dilutet gerade schon eins zwei drei ähm hier ist mal ne Axt eins zwei drei vier Plätze frei vier Plätze frei jetzt frage ich mich wieviel braucht die Engine Part Klaus Berg Tag Tag Engine Part Tag Engine Part mir fehlt noch ein Platz ach scheiße da kommt der Dr. Ivan ich muss die Ballen kannst du mal den Dr. Ivan bitte weglocken? ich grade versucht hat aber nicht geklappt so wie ich mir das vorgestellt habe dann muss ich mal kurz ne Runde laufen wo wischte denn? ich bin ich bin neben dir oder ich bin ich lauf jetzt mal hier in die andere Ecke lass den Dr. Ivan hier hinkommen da würde ich diese scheiß Engine Parts nehmen können in der Zeit kann ich hier schon mal umsortieren passt noch was in meinen Rucksack rein? ja oder ist die Granate jetzt weg die ist wahrscheinlich weg aber egal was 6 Plätze braucht der wer denn der Engine Part? ja du bist immer noch da drin ok ja der braucht 6 Plätze dann schmeiß ich mal ich hab noch einen Morphin Injektor weg ich hab 3 ne ne schmeiß wie viel hast du denn? 3 Stück ach du bist echt voll der Horter ja aber wenn der scheiß Dr. Ivan sich mal um mich kümmern würde hier der steht jetzt vor diesem Engine Part